Das Einturnen beendet. Stop. Coming up and start competition. Und dann Sport steht schon bereit. Dieser Top aus den Niederlanden. Dieser gehört mit zur Mannschaft der letzten Weltmeisterschaften von Glasgow. Das Team der Niederländerinnen hat sich mit Platz 8 direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und das war ein Eberschlag. Das hat er vorwärts geholt mit einem Enddrehung. Sehr sauber, ausgeführt, auch von der Flughöl. Sehr schön.